Bei einem Anschlag an der Grenze zwischen dem israelisch besetzten Westjordanland und Jordanien sind nach israelischen Angaben drei Zivilisten getötet worden. Ein Angreifer habe sich mit einem LKW aus Jordanien dem Grenzübergang an der Ellenby-Brücke genähert, sei ausgestiegen und habe das Feuer eröffnet, teilte die Armee am Sonntag mit. Der Angreifer sei von den israelischen Sicherheitskräften erschossen worden. Es war der erste derartige Angriff an der Grenze zu Jordanien seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen. Der Kontrollpunkt ist auch als König Hussein-Brücke bekannt. Israel schloss nach dem Anschlag sämtliche Grenzübergänge nach Jordanien. In dem von Israel besetzten Gebiet im Westjordanland hat die Gewalt seit Beginn des Gazakriegs massiv zugenommen. Sowohl die Zahl der Angriffe von Palästinensern als auch von israelischen Siedlern ist gestiegen. Die israelische Armee führt fast täglich Einsätze durch.